Ich lerne Deutsch Nummer 3742 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Lachen verbessert die Atmung, die Durchblutung und den Stoffwechsel durch eine erhöhte Sauerstoffaufnahme. Ich bin in unserem Unternehmen für die Buchhaltung zuständig. Wir arbeiten nur mit der neuesten Software. Regina klopft an meine Tür. Ich habe sie schon erwartet. Wir wollen etwas Privates besprechen. Regina klopft an meine Tür. Ich habe sie schon erwartet. Wir wollen etwas Privates besprechen. Möchtest du eine Cola oder lieber Apfelsaft? Meine Eltern haben mich allein gelassen. Ich soll hier warten. Meine Eltern haben mich allein gelassen. Ich soll hier warten. Ein LKW liefert Abfall auf einer Deponie an. Ein LKW liefert Abfall auf einer Deponie an. Ein LKW liefert Abfall auf einer Deponie an. Ein Recycling findet hier nicht statt. Willi schaut auf seine Uhr. Er hat noch 20 Minuten Zeit. Willi schaut auf seine Uhr. Er hat noch 20 Minuten Zeit. Willi schaut auf seine Uhr. Er hat noch 20 Minuten Zeit. Heute ist unser Jahrestag. Wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt. Heute ist unser Jahrestag. Wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt. Das sind die Einkaufstüten in meiner linken Hand. Rechts trage ich noch vier weitere. Das sind die Einkaufstüten in meiner linken Hand. Rechts trage ich noch vier weitere. Morgens am See stört mich niemand bei meinen Übungen. Morgens am See stört mich niemand bei meinen Übungen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wir surfen gemeinsam im Internet und weisen uns gegenseitig auf interessante Dinge hin. Wir surfen gemeinsam im Internet und weisen uns gegenseitig auf interessante Dinge hin. Ich bin mit dem Vorschlag einverstanden und werde morgen mit der Planung beginnen. Ich bin mit dem Vorschlag einverstanden und werde morgen mit der Planung beginnen. Wer hat heute gespült? Diese Tasse ist nicht sauber. Das kann ich nicht dulden. Wer hat heute gespült? Diese Tasse ist nicht sauber. Das kann ich nicht dulden. Abends spielen wir oft Schach. Das ist entspannend. Durch die Teilnahme an dieser Lotterie kannst du große Summen gewinnen. Durch die Teilnahme an dieser Lotterie kannst du große Summen gewinnen. Amira backt heute waffeln. Ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut. Amira backt heute waffeln. Ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut. Amira backt heute waffeln. Ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut. Wir sollten dieses wichtige Thema nicht hier auf der Treppe diskutieren. Komme bitte gleich in mein Büro. Wir sollten dieses wichtige Thema nicht hier auf der Treppe diskutieren. Komme bitte gleich in mein Büro. Diese Pflanze ist ziemlich trocken. Sie braucht mehr Wasser. Mein Kopf fühlt sich an, als würde er gleich explodieren. Hast du eine Schmerztablette für mich? Du machst das schon ganz gut mit dem Tanzen. Wir werden jetzt öfter üben. Ich führe mein Team selbstbewusst und vertrauensvoll. Jeder wird einen wertvollen Beitrag zum Ergebnis leisten. Ich führe mein Team selbstbewusst und vertrauensvoll. Jeder wird einen wertvollen Beitrag zum Ergebnis leisten. Zum Frühstück trinke ich nur eine Tasse Kaffee und lese die Zeitung. Mein Büro ist gleich um die Ecke. Zum Frühstück trinke ich nur eine Tasse Kaffee und lese die Zeitung. Mein Büro ist gleich um die Ecke. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das ist gleich um die Ecke. Das ist gleich um die Ecke. Bis zum Frühstück trinke ich nur eine Tasse Kaffee. Bis zum Frühstück trinke ich nur eine Tasse Kaffee. Bis zum Frühstück trinke ich nur eine Tasse Kaffee. Bis zum Frühstück trinke ich nur eine Tasse Kaffee.